Ich bin so ein Fallhost. Oh nein, ich werde drüber kommentieren müssen. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Drop, den brauchen wir jetzt auch im Endgame, ne? Für den Bossvereiter, so eine grüne Blaupause für Stoffstiefel. Richtig cool. Ich werde drüber kommentieren. Ich glaube, ich werde bis hierhin drüber kommentiert haben. Willkommen. Hallo, moin. Oh nein, ich hatte meinen Sound gemutet, weil ich noch kurz was in der Wohnung gemacht hatte, bevor ich aufgenommen habe. So, jetzt geht's hier aber nochmal. Was? Wo war hier? Kam gerade irgendwas gespuckt. Wo ist das Spuckvieh? Wo ist das Spuckvieh hier? Das wird mir wieder meine Rüstung kaputt machen, aber so nicht, Freunde. Oh, jetzt habe ich aber auch gut Damage genommen, tatsächlich. Zweimal anspucken. Habe ich noch meine Lederrüstung mit? Ja, zum Glück. Das wäre halt richtig unnötig. Der wird nämlich gleich nochmal spucken und dann ist nämlich sein, so hier. Aber ich sehe leider nicht, wo er ist. Das ist eine normale Spinne. Äh, Schlange, meine ich. Oh, uiuiui, das wäre sowas von unser Tod gewesen. Eieieieieieiei. Eieieieieieieiei. Level 45. Ich gehe mal ganz schnell weg. Ich wollte den gerade angreifen, weil ich dachte, das ist noch irgendwie eine Schlange oder sowas, die da in so einem Knäuel liegt. Ich habe aber auch eine gute, eine gute Streak jetzt, ne? Also einmal drei Stunden Aufnahme weg. Ach, da ist er doch. Du spuckst ihn nicht an. Du spuckst ihn. Ja, du triffst ihn nicht. Sehr schön. Du triffst. Stirb. Ja. Ja, 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 ja. Gut. Die Gebar... Die Gebar ist gefahrt. Die Gefahr ist gebannt, meine ich. Oh Gott. Ich muss mal schnell hier weg. Brauch mal kurz eine neue Rüstung. Wir haben euch voll wahnsinnig, dass die mit uns spricht. Habe ich denn irgendwas zum reparieren dabei? Ah, da kommt er wieder. Komm. Ich stirb. Geh weg, geh weg. Du spuckst mich hier nicht an. Deiner Galle. Ah, ja. Aus der Wand guckst du raus mit deinem Köpfchen. Komm mal her, ja. Komm mal her, ja. Ich kann auch zu die Wand beißen. Ich beiß den Steinkackboden und bist du fertig. Los. Ich habe sonst keine Rüstung mehr. Noch eine weitere Explorer Note am Start. Die heben wir mit auf. Kann alles nicht schaden. Skipper steigt dadurch schön auf. Wette mit euch, dass ich, wenn ich absteige, dass das Vieh gleich aus der Wand irgendwie rauskommt. Oh, da sind noch zwei davon. Oder eins. Es ist eins. Ah, nein. Nein, 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 nein. Ich bin nackt. Und ich habe übelst viel Damage genommen. Erstmal heilen. Also wir müssen eh jetzt zweimal rein, um das Artefakt zu bekommen. Zweimal. Ich glaube, ist da noch irgendwas unten im Wasser? Ich würde es jetzt... Oh, verdammt. Verdammt. Das macht mich wahnsinnig. Geh hier raus. Oh Gott. Wer weiß, was da im Wasser halt auf uns wartet, ne? Pirandias oder so. Habt ihr gerade was gesehen? Okay, planen wir uns jetzt voll gleich. Springen ab. Hol das Artefakt. Wir rennen raus. Nein, 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 nein. Was soll das denn? Warum läuft der immer? Dieser Wolf macht mich wahnsinnig. Andauernd passiert irgendwas mit dem. So, wir haben es. Der rennt immer weg von alleine. Wenn er jetzt auch mal rauskommen würde, das wäre halt wunderschön. Ich habe gar kein Damage genommen. Das war Skipper, der den Damage genommen hat. Das sehe ich auch gerade, oder? Das macht mich wahnsinnig. Eben auch schon auf dem Berg draußen. Der hat er leider nicht kommentiert bekommen von mir, aber... Hier unten im Wasser könnte noch irgendwas sein. Weiß aber nicht, ob da noch ein Drop ist oder nicht. Wir gehen erstmal raus, weil das ist ja hier der Drop. Dann kannst du ja komplett knicken. Boah, ein paar Fasern. Dann kommen wir nochmal wieder rein. So, einmal der Lake des Todes. Das macht mir natürlich gut, dass da jetzt ein Para rumrennt. Voller Angst. Ja, Flakrüstung hat sich auf jeden Fall gelohnt mit der Haltbarkeit. Da wäre man eine etwas bessere, ganz cool. Ein Agi. Ich bin ja komplett nackt gerade, ne? Also alles, was irgendwie Schaden machen könnte, macht auf jeden Fall Schaden. Warum? Ich muss doch eh erstmal alles rauskriegen, das Artefakt nach Hause bringen. Und dann kann ich erst wieder herkommen, weil ich ja nur eins zur Zeit im Inventar haben kann. Skipper könnte die... Wo ist Skipper hin? Junge, lauf nicht immer von alleine irgendwo hin. Das macht mich wahnsinnig. Irgendwann kriege ich dich nicht mehr wieder. Dann hängst du irgendwann in irgendeiner Hülle fest. Wer war es das mit uns, Skipper? Was soll denn das? Ah, ich dachte mal kurz, ob ich gerade den Drop mal aufmache, aber da sind irgendwie vier Agis. Deswegen gerade abcampen kann definitiv euer Drop bleiben. Keine Sorge. So, wir sind zurück. Wir gehen jetzt nochmal rein und holen nochmal das zweite Artefakt raus. Das ist ja ganz, ganz wichtig, damit wir die Bosse vernünftig machen können. Pfff, das ist aber jetzt eng gewesen. Ei, 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 sind das viele. Ich würde doch nur gucken, ob da eventuell noch ein Drop drin ist, Freunde. Ich brauche doch nicht gleich diese Akkusen. Ist das eine Riesenfeeder in der Mitte? Ich glaube, hier ist tatsächlich einfach gar nichts drin. Das ist nur, wenn man da reinfällt, dass man halt ordentlich leben lässt. Hat ja auch fast geklappt. Halbes Leben mal runter eben. Joa, also eigentlich warte ich nur auf das zweite Artefakt. So, wir haben jetzt zweimal das Artefakt und wir können jetzt folgendes machen. Wir könnten jetzt entweder die Lava-Höhle machen, damit wir das letzte Artefakt auch haben, damit wir die Brotmutter machen können. Oder aber wir kümmern uns mal um die Thames, die wir bräuchten. Und da ist tatsächlich die Frage, ob wir dafür jetzt Megaterien nehmen. Megateriums? Megateriumse? Oder eben Rechse? Weil die Rechse könnten wir theoretisch für alle Bosse benutzen. Und müssten somit dann halt nur einmal dieses ganze Zuchtverfahren auf uns nehmen und einmal leveln. Und könnten die dann später auch für die Tech-Höhle benutzen. Das Problem wird nur sein, dass auch mit der neuen Einstellung wir hier nicht wirklich an irgendwas High-Leveliges herankommen. Selbst der Terzi war jetzt hier Level 20. Was momentan ein bisschen nervig ist, ehrlich gesagt. Weil ich möchte halt irgendwie die Bosse machen und wir haben dafür alles gemacht. Ich bin Level 96. Aber so wirklich was Großartiges, was man jetzt benutzen könnte, ist mir jetzt hier noch nicht über den Weg gelaufen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ein bisschen im Redwood nach. Ob wir da irgendwas finden. Weil ja, irgendwie drei Stunden halt rumlaufen, um kein Dino zu finden für den Bossfighter ist halt sehr unbelohnt. Und alleine das Züchten wird ja auch nochmal eine Zeit in Anspruch nehmen. Was ich wahrscheinlich auch zum großen Teil eben offline machen werde, sozusagen. Also ohne Aufnahme. Weil das ja nicht so spannend ist einfach, ne? Damit wir einfach vorankommen und ihr wirklich den spannenden Teil dann auch aus diesem Let's Play habt. Das ist so mein Anspruch. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas kriegen. Ich mach's jetzt auch davon abhängig, was wir zuerst finden. Wenn wir jetzt einen guten Megaterium zuerst finden, dann werden wir Megateriums zähmen. Wenn wir einen guten Rex zuerst finden, werden wir Rexe zähmen. Es sollen ja zumindest hier auf Megateriums rumlaufen. Ja, ich weiß, im Schneebium vermutlich ist die Wahrscheinlichkeit da auch höher, dass wir da jetzt einen antreffen, der irgendwie gut ist. Was, ein Tech-Stego-Saurus-Level-180 war der? Level-100... Hä? Was gibt... Was verstehe ich denn jetzt hier nicht mehr an dem Spiel? Warum denn Level-180? Und der Haken ist doch beim Maximal-Level auf 150 gesetzt sogar. Ich verstehe dieses Spiel teilweise nicht. Deine Seite hast du denn hier so ein Megaterium, Level 20, aber ein Tech-Stego-Level-180. Ja, alles klar. Oh, ein Rex. Lass mich raten. Level 25. Mir schlottern die Knie. Level 45, Alter. Da brauchst du gar nicht brüllen, du machst jetzt einfach mal die Biegel. So. Ein Rex auf Level 55. Wir steigern uns nun langsam rein in das Level 150. Der Stego-Level-180 war mir immer noch fertig, ehrlich gesagt. Oh, guck mal her, hier. Einmal gebrüllt und gleich bist du weg vom Fenster. Hier, ab, runter mit dir den Berg. Weg. Den farme ich jetzt auch nicht. Aus Frust. Level 95, Rex. Wir kommen der ganzen Sache schon näher. Ich sage ja, wir steigern uns zu langsam hier rein. Wobei reinsteigern wahrscheinlich der falsche Begriff ist. Wir steigern uns zu langsam. Wenn ich mich hier reinsteigern würde, dann sähe das anders aus von der Sonne. So, wir machen den auch mal platt. Einfach nochmal ein bisschen Platz schaffen hier. Okay, pass auf, das Ding ist jetzt folgendes. Wir haben jetzt die Höhle gemacht. Wir bräuchten noch eine Höhle. Dann können wir die Brutmutter besiegen. Beziehungsweise könnt ihr dann halt theoretisch anfangen, sie zu besiegen. Wir brauchen jetzt immer noch die Dinos. Das habe ich jetzt eingehend schon mehrmals erwähnt. Was werden wir jetzt machen? Ich bin jetzt schon ein bisschen rumgeritten. Habe halt keine Dinos gefunden. Das werde ich bestimmt irgendwie reingeschnitten haben. Damit hier irgendwie eine sinnvolle Folge draus wird. Weil ich hier Genius ja mal wieder 20 Minuten lang aufgenommen habe, ohne dass ich meine Stimmen mit aufnehme. Ärgert mich ein bisschen, dass das jetzt zweimal in Folge passiert. Vor allem mit dieser 3-stündigen Aufnahme vom letzten Mal. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt was runtergeladen. Das nennt sich Dino-Finder-Mod. Und damit können wir jetzt, ich probiere das mal eben ein bisschen aus. Theoretisch jetzt hier langfliegen und uns werden viele Dinos angezeigt, die hier so rumlaufen. Und wir sehen erstmal, ob da überhaupt ein Rex mit bei ist oder nicht. Und was die für ein Level haben. Also ob wir da hin müssen oder nicht. Ob das jetzt überhaupt lohnt. Und das würde ich glaube ich nächstes Mal in der nächsten Folge einfach machen. Dass wir eben Dinos suchen, die wir zähmen können, damit wir sie züchten können, damit wir auch den Bossfeind machen können. Weil das hat sonst andersweit, ich glaube ich, gar keinen Sinn. Also wir sehen, dass jetzt hier ist natürlich super OP. Gar keine Frage. Habe ich auch eben lange überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Aber, wenn wir hier vorankommen wollen. Und es geht ja eben darum, Ark Storytime, die ganze Story von Ark einmal durchzuzocken. Im Singleplayer. Möglichst Vanilla-lastig. Also das heißt, sich nicht zu viel zu erleichtern. Aber das ist eben eine sehr, sehr große Erleichterung. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, hier vier, fünf Stunden rumzufliegen. Für einen Rex. Und dann brauche ich ja noch einen zweiten und einen dritten und einen vierten. Und ich glaube, trotz dieser Mod werden wir immer noch lange rumfliegen. Um dann letztendlich was zu finden. Damit können wir auf jeden Fall schon mal das Gebiet besser durchkämmen. Sehen, ob irgendwas Interessantes da ist. Und ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare hauen. So den Alpha-Kano nehme ich jetzt zum Beispiel mal nicht mit, weil den hätte ich ja sonst nicht entdeckt. Es geht mir jetzt wirklich nur darum, dass wir das einmal nutzen, damit wir Rexe finden. Weil jetzt hier sieht man Alpha Raptor, das ist halt schon extrem OP einfach. Die Mod, wenn ich sie jetzt normal benutzen würde, könnte ich ja jetzt hier alles nach Alphas durchkämmen und super leveln. Was geht denn hier ab? Ja, wir lassen die mal weitermachen alle. Also würde ich sagen, ist das der Plan für die nächste Folge, dass wir eben Dinos suchen, zähmen und dann züchten können. Damit wir eben Richtung Boss uns bewegen können. Und in der Folge danach wahrscheinlich werden wir uns dann... In der Folge danach werden wir uns dann darum kümmern, dass wir das letzte Artefakt bekommen. Und können dann wahrscheinlich endlich die Probe-Moder machen. Warum ist dieser Tech-Stego jetzt hier Level 162? Das muss mir mal einer erklären. Warum der zweite Tech-Stego, der über 150 ist, obwohl das Level bei 150 gecapt ist, laut Arc Singleplayer-Einstellung? Das verstehe ich nicht. So werden wir auf jeden Fall schneller weiterkommen und dann wird das nicht so ewig lange dauern, auch für mich in der Aufnahme, was einfach mega frustrierend ist. Ich verstehe jetzt die Leute, die sagen, ja, finde ich aber blöd, dass du den Mod mit reinnimmst. Weil es ist ja schon das Ziel, erst so Vanilla-lastig wie möglich durchzuspielen. Und ja, es gehört eben halt auch dazu, dass man lange Dinos suchen muss. Das ist halt irgendwie ein Teil von Arc, wenn man die Bosse machen will. Habe ich aber auch irgendwie schon alles hinter mir und dann habe ich jetzt gerade keinen Bock nochmal drauf, das nochmal zu machen. Ich denke, das ist halt verständlich so, weil... Hallo, dann sind wir hier noch gefühlt in zehn Jahren bei, wenn ich das so mache. Deswegen ist es, glaube ich, im Interesse von allen, dass wir das so machen. Sobald ich die Dinos habe, die ich haben muss, die ich brauche, damit wir diese ganze Zuchtgeschichte starten können, kommt die raus, die Mod, beziehungsweise ich benutze die dann einfach gar nicht mehr. Wir müssen das dann natürlich auch ein bisschen aufteilen, dass wir jetzt nicht irgendwie drei Folgen nacheinander nur Dinos suchen, weil es ja auch irgendwie langweilig. Aber so werden wir das, denke ich, machen. Wie gesagt, ich war ja im Redwood unterwegs und so können wir halt mit dem Argi, der halt gut auf Speedscaler wird, hier durchballern und mal gucken, was abgeht. Und gucken, dass wir da irgendwas Vernünftiges rauskriegen. Ich werde die, wie gesagt, nicht dazu benutzen, um irgendwie zu leveln, was jetzt halt irgendwie auch komplett egal wäre, weil wir sind Level 96. Dann würde ich sagen, das war es soweit. Sorry dafür, dass ihr nur die halbe Höhle gesehen habt heute, das tut mir tatsächlich sehr leid. Ärgert mich auch ein bisschen. Ist ja klar, weil da einfach 20 Minuten Material irgendwie wegfallen, die ich dann nicht benutzen kann. Ist aber nicht so wild, aus Fehlern lernt man, wird wahrscheinlich irgendwann nochmal vorkommen, man wird sich verhindern können, ist aber so. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann endlich die Dinos finden, die wir brauchen, damit wir endlich auch den Boss angehen können. Weil da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Wie dem auch sei, wir holen uns die Dinos. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.